Ich handel hier auch tatsächlich gegen dem deutschen Recht, denn Containern ist ja verboten. Es ist illegal, damit riskiere ich eine Anzeige und einen Prozess und das wäre dann Diebstahl. Aber ich finde, mein Gewissen sagt mir, das Essen sollte gegessen werden, nicht. Das ist ein Fischer Ich versuchte. Ja, das ist ganz toll. Hier hat man die Waffe. Ich habe das Gefühl, dass ich dich nicht erwähnt habe. Ich möchte, dass ich dich nicht mehr als ein. Vielen Dank.